Eine kurze Frage. Was hältst du von meinen interaktiven Lektionen und von den Downloads? Falls du schon mal free-german-videos.de besucht hast, free-german-videos.de, dann weißt du, dass ich dir jetzt auch kostenlose Downloads mit jedem gut produzierten Video gebe. MP3-PDF-Downloads – sind diese Downloads hilfreich für dich? Und was hältst du von meinen interaktiven Lektionen, die ich zum Beispiel anbiete, wenn du den Blogpost besuchst für John Maynard oder der ersten Lektion über Präfixe? Danke für dein Feedback!